Geht so viel aus dir gemacht? Geht schon. Ja? Manuel, du trainierst hier in Neinkirchen in Andi. Gefällt dir das dir? Ja, es gefällt mir auf jeden Fall. Die Camps sind auch in Ordnung? Ja, die sind auch super. Es passt alles. Darf ich dich fragen, was du für ein Ziel hast? Also mein großes Ziel ist es, dass ich mal irgendwann in den Profibereich komme. Sehr gut. Glaubst, können wir dir dabei helfen? Ich denke schon, dass ihr das könnt. Das ist jetzt fein, aber da musst du auch dazu mitspielen. Ja, allerdings. Alles klar, danke.